Hey Leute, ich bin's, MrSUIP. Willkommen zurückzulernen. Zurück zur Amnesia. A Machine for Picks. Meine Orientierung. Mein Orientierungssinn bringt mich um. Ja, wir sehen hier über komische Spuren an der Wand. Die deuten. Ich hab gesehen, als hier vorbeigegangen kommt eine Hand, die deuten noch was hin. Beim, vorhin die Fresse gauern die Wand. Wir machen das. Ey, also ich... Boah, meine Orientierungssinn ist um einmal. Ich kann, kommt mir gar nicht klar. So. Wenigstens geht weiter. Was auch immer ich jetzt geöffnet habe. Das Klick... Ah, ich glaube, ich weiß, was ich geöffnet habe. Weil, ich könnte mir denken, was es sein kann. Oh, falsch rum. Ja, komm, hier. Bäm, Badewan und so. Oh, ist das ein Vieh? Oh, oh, oh. Ist das weg? Ich hab mir immer zum Brille hier mal aufgesetzt. Okay. Äh, muss ich hier raus? Schade, ich hätte gedacht, wir kommen hier hinten mal irgendwie hin. Nö, kommen wir nicht. Okay. Ja, meine Orientierungssinn ist so schlimm. Ähm, ich hab schon... Ich weiß zum Teil nie, wo ich hin muss hier. Im Spiel. Wenn nicht, muss ich's nebenbei privat zocken. Und dann mal gucken, dass ich's nicht blind mache. Ah, hier lang. Ah, hier. Hier war das. Ich bin auf dem Markt. Ich will kreien all den Weg nach Hause. Ich will nichts. Ich will nichts. Ich will nichts. All. Ah, interessant. Okay. Maschinen. Das kann ich machen, hier. Hier wäre ein Ventil. Warte. Achso, hier war ich ja vorhin. Alles klar. Das war, glaube ich, das Ventil, was wir gerade eben bedient haben. Ich seh, da hinten nichts ist so nebelig verschwommen. Was zum Teufel. Gut. Hier ist ne Hand. Dann können wir durch, ja. Wo sind wir jetzt? Ach, hier ist der Markt, worum es gerade ging. Boah, diese Sicht, die ist so schlimm. Hier geht's rein. Ich guck mal kurz nach oben. Oben rum. Äh. Dupi-du-du-du-du-du-du-du-sch. Ich frag mal kurz was an. So. Kurz aus meinem Handy geguckt. Jetzt Smartphone. Jetzt geht's runter. Okay, der Effekt war billig, Leute. Der war echt billig. Trinken ein Glas mit den Alten zu Ehren. Whatever. Wo auch immer wir jetzt gelandet sind. Wo auch immer. Sieht aus wie nur ein Keller. Wir sind jetzt hier irgendwie runtergefallen. Oder was ist jetzt passiert? Die Treppe ist gerade weggebrochen durch diesen Mast. Mast. Hier haben wir noch eine Tür. Komm on slow, Coach. It's this way. Jetzt haben wir eine neue... Nee. Müssen wir mal unter Tagebuch. Gefangen. Ob das ein Trick war? Diese Stimme am Telefon, die mir so nahe schien, die mich so gut zu kennen schien, führt er gar, gar geheim, was schändlich ist im Schilde. Aber habe ich denn eine Wahl, auch wenn mir meine Motive verboten bleiben, so muss ich dennoch meine Jungs finden. Solange sie mich zu Edwin und euch führen, würde ich den Maschinen bis zum Mittelpunkt der Erde führen oder folgen. Oh, erstens, ich finde die Sache, der Text ist ein bisschen schwer geschrieben und die Schrift ist ein bisschen schwer zu lesen. Also, ich bin eigentlich ein guter Leser, muss ich mal sagen. Muss ich mich selbst machen. Puh. Immer dieser scheiß Telefonate in den Aufnahmen. Hehehe. Aber immer ganz zufällig, wie laufen wir lang, da kommt ein Telefon. Was? Das schreckliche Kronen, das du fühlst, ist unsere Attemptung, die Flügelwärmung zu lösen. Trägerliche Manderer. Wir waren nicht getan. Your children are trapped by the sand. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mander's. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Okay. Äh, loo. Toll, dass ich mir jetzt schon Fahrt redet habe. Ich dachte, ich nehme nur kurz auf, wenn es jetzt richtig geil wird. Boah, ich muss mal ganz kurz was gucken. Hier, 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 den Einstelligen, Gamma ist ganz oben. Hier, 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 wenn man hier reingeht, bram, alles hell. Aber am Spiel machte der Gamma-Wert nichts. Ich muss euch nur mal nicht. Ich weiß, es ist so dunkel. Voll dunkel. Viel zu dunkel. Ja. Oh, mit Fuß. Was kann ich hier machen? Oh, ich dachte schon, es ist so TNT oder so. Bäm. Jetzt hat man die Hütte in die Luft gesprengt. Kann ich was machen? So, keine Ahnung. Warte mal, ist irgendeine Leiter. Geht's noch weiter? Leiter noch weiter? Ha, ha. Ha, ha. Boah. Ja, es ist wahnsinnig dunkel, es ist, aber ich kann's nicht erinnern, das wirkt so aus Spiel. Spiel, Spiel, Spiel. Schade. Es hat also ein bisschen gefiffen in mein Wort Spiel. Ha, ha. So, kann ich, kann ich irgendwie durch? Nö. Natürlich nicht. Die müssen sterben. Ja, krass. Boah, Alter, ist das hier. Irgendwie stimmt keiner was mit auf in den Bit nicht. Schau, wie ihr seht hier oben. LP noch was. Hä? Ach, hier. Wo war ich ja da? Nee, das ist noch eine Tür. Das ist die. Okay, scheinbar so zu. Immer diese, sie müssen einen Weg finden. Achso, hier kann ich noch einen Schalter anlegen. Ja, die Maschine ist schon kaputt zu sein. Verblüffend. Die Tore sind viel zu schwer, als dass ein Mann sie anheben könnte. Stattdessen werden sie mit Hilfe einer um ein Rohr gewickelten Kette hochgezogen. Das Rohr scheint von Motoren reduziert zu werden, die mit diesen elektrischen Scheinern verbunden sind. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, kann sich der Motor nicht drehen. Der Motor oder was? Das sieht so komisch aus, dieser Schriftstil. Sieht so, sieht fast aus wie ein U. Was die Tore zu einem unüberwindbaren Hindernis machen. Ja, eine neue Sicherung habe ich ja nicht. Heiliges Blech. Was ist denn, das kann ich jetzt mal nach oben ziehen? Ja. Ich mach's mal nach unten. Hilft's irgendwas? Ich weiß nicht, komm ich hier an, aber ich hier ran. Soll ich's mal ganz nach oben ziehen? Vielleicht soll ich's ja nach ganz nach oben ziehen. Wer weiß. Na, ich zieh's mal wieder runter. Das ist überall so'n Zeug. Sind's vielleicht Sicherungen? Ich guck mal. Nein, nicht nicht. Hier, heult irgendwas. Kann ich jetzt vielleicht... Hm, na, so nicht. Das könnte noch eine Sicherung sein. Hä? Ich kann es einsetzen. Hallo? Guck mal, könnte passen. Das ist eine Sicherung. Wollte ich sagen. Kann ich Eiter raus... Ach so. Pa questions. Pjao. Pjao. Pjao.